Hallo und herzlich Willkommen, ich bin wieder Sperros mit einer neuen Folge hier bei FeedbackBased. Zusammen mit mir, der hier auch noch mit rumhüpft. Und das wird dann vermutlich auch die letzte Folge auf dieser Map mit diesem Server. Keine Sorge, das wird danach auch weitergehen. Was wir diese Folge machen, ja wir zeigen euch halt nochmal das, was seit der letzten Server-Tour neu ist, denn ein Map-Download wird es jetzt nicht so einfach geben. Die Map ist riesig und die zu kastrieren, damit man die richtig downloaden könnte. Ne, das lohnt sich irgendwie nicht. Dann muss ich die erst runterladen und dann ist es immer so schwer mit World Edit. Ne, ach, das Ganze zu editieren. Lass ich das lieber so, ihr könnt ja alles sehen, was es auf dieser Map gibt und so in den Folgen hier. Deswegen machen wir ja die Server-Tour. Gut, und in der letzten Server-Tour war der MFC-Frank ja ganz neu dabei, aber er ist ein ganz aktiver gewesen. Und in der Zwischenzeit hat er sogar seine eigene White Age. Natürlich mit Hilfe von anderen, das ist natürlich immer so eine Sache. Wenn man neu auf dem Server ist, sind wir sehr hilfsbereit. Hier drüben, habt ihr den Spawner hier schon gesehen? Hier ist ein Blaze-Spawner. Ah, hier ist ein Blaze-Spawner. So sieht das also von innen aus. Ja. Wollt euch natürlich alles zeigen. Hier ist der ganze Teil. Ja, komm lass mal brennen. Alter, nein! Ja, mach sie doch kaputt. So. Ja. Ja, du bist gegen Feuer. Ja, hier mit einem Teil halt drin, einem Schwert, das nicht kaputt geht. Und einem Hopper und ja. Dieses System hier funktioniert das auch in einem Grund immer wieder nicht. Das da hinten scheint hier nicht den hier zu erkennen. Oder umgekehrt. Das funktioniert halt nicht. Wo bist denn du hin? Ich bin hier. Ich seh dich grad überhaupt nicht. Ich bin hier. Ach so. Wieso seh ich dich nicht auf der Minimap? Ach, Minimap. Ah, Mist. Hab ich auch nicht aktiviert. Mist, ich hab die Minimap nicht aktiviert. Naja, egal. Also MFC Frank, ich hab das Portal schon hier rein getan, manuell. Also, geh mal hier mal rein. Schau, was er denn hier so alles gebaut hat. Mhm. Ja, fliegen kann ich ja auch wieder aus irgendeinem Grund. Vorhin ging's noch nicht. Auf einmal hab ich gemerkt, es geht alles wieder. Ist ja ganz cool. Hatte ich die Rüste mal wieder an und dann ging's wieder. Nee, das war nicht irgendwie. Ansonsten hätte ich's halt mit diesem Zauberstab hier gemacht. Und dann wär ich halt so durch die Gegend geflogen mit dem One Focus Uprising. Der funktioniert ja auch ganz gut, nur nicht ganz so kontrolliert. Und schweben kann man damit auch nicht. Ja. Ist ja ganz nett hier. Mhm. Ich frag mich, ob die Dinger hier natürlich spawnen. Ob das irgendwie schwebende Inseln sind oder ob er das hier hingesetzt hat. Hm. Weiß man nicht. Schwebende Inseln, dann hat er hier drüben... Bleiben wir erstmal bei der Hauptinsel hier. Gut. Schweben ist alles hier, ne? Ja, das ist halt so bei Void-Age. Also er hat im Zentrum sein Crafting CPU. Seine Molecular Assembler Chamber und mit seinem E-System. Schön, schön. Was ist denn hier oben drinnen? Ah. Mobspawner. Mit... Äh... Äh... dem er Energie hat. Dann ansonsten ja hier ein bisschen... Weil das kennen wir ja irgendwie schon alles von Webdani so ein wenig. So grob. Ist irgendwie so ne Kopie von Webdani. Er macht auch Thorncraft. Also fast genauso wie der... Naja. Was ist denn das hier drüben? Von Open Peripheral Zeugs. Achso, das... Das Zeugs für Thorncraft von Open Peripherals mit dem er Thorncraft Zeugs hinzufügt. Das ist ja ganz nett hier. Ah, da ist sicher auch so ein Ding da hier... Geholt. Mit so nem Teil da hier. Generell bei dem... Äh... Computer Craft, da gibt's ein ganzes Forum voll mit... Sachen. Da muss man nicht immer alles mögliche selber programmieren. Da ist alles drin. Also... Nicht alles, aber vieles findet man da schon, wenn man was sucht. Und man muss das Rad ja nicht zweimal erfinden. Gut. Und das hier sieht irgendwie fast genauso aus wie beim Webdani. Ja. Vielleicht hat er's da geklaut. Er hat geklaut, genau. Ja, die... Das Design hat er geklaut. Ja, das Design... Design-Klau ist halt so ne Sache, ja. Ähm... Ja, Research-Tapel und so. Hätte ein Patentanmelden müssen. Ist echt so. Und dann gab's nen Patentstreit und... Ihr wisst ja, wie das ausgeht, dann... Gibt's wieder haufenweise Millionen für den... Geschädigten. Natürlich. So, was haben wir hier sonst noch? Ah ja, seine... Seine Baumfarm. Hier. Sehr minimalistisch. Baumfarm. Ein Baum... Und das war dann mit... Baum... Und das war dann hier mit... Baum... Immer... Gebäude... Und... Ja, wächst. Und dann wird's wieder gefällt. Und... Ja. Die Ein-Baum-Baumfarm. Ist ja ganz nett. Ja, was haben wir hier noch? Hier drüben... Auch... Mop-Spawner. Ja. Was das da hier unten ist, habe ich keine Ahnung. Ich vermutlich mal, dass diese Dinger hier dann halt irgendwelche... Fehler im... Äh... Oder was heißt... Ne, nicht Fehler halt. Bei dem Erstellen der Age halt mit zugefügt worden. Habe ich das letzte Mal gesagt. Als ich über MuseCraft geredet habe. Sind hier überall solche Baumstämme. Zufällig in der Landschaft. Ja. Hier drüben, wie gesagt, der Mobspawner. Dann hier so eine Insel. Hier fliegt. Und dann hier drüben... Haben wir noch seine... Art Mobfarm oder so. Das Zeug da drinnen. Wie heißt das Zeug gleich? Ah, Cursed Earth. Von... Von Extra Utilities. Ja. Da habe ich jetzt noch nicht so viel drüber gemacht. Ist aber ganz interessant. Da... Cursed Earth. Da spawnen viele Mobs drauf. Also wenn du das nächste Mal den Mobfarm machst... Cursed Earth ist dein Zeugs. Da müssen wir allerdings noch rausfinden, wie man das bekommt. Das ist irgendwie... Mit den Division Seils und so hat das auf sich und so. Mhm. Da spawnen aber haufenweise Mobs drin, wie man es sieht. Also da... Du wirst dann nicht mehr so aussehen, wie bei deiner Mobfarbe und so. Äh... Ja. Ja, ähm... Könntest du mir vielleicht was zu essen geben? Ich bin vielleicht tot. Ist vielleicht tot. Ich habe auch noch 16 Äpfel. Da bin ich natürlich so frei und gebe dir einfach die Hälfte. Okay. Was ist denn das hier drüben? Ah, eine Form mit einem Golem. Ist ja nett. Wollen wir das coole Wunder schubsen? Nein. Nein. Ah, hier hat er ganz viel Mob-Essenz und ganz viel Liquid XP gesammelt. Ist ja schön. Okay. Ach, da drüben. Ja. In der Luft. Das ist so eine Void-Age, was er hier unten vorhatte mit dem Angel-Block. Keine Ahnung. Ich dachte schon fast, ich fliege vorbei. Ja. Da sind halt irgendwie überall so Sachen, die einfach so in der Luft schweben. Weiß nicht. Ja. Wird schon irgendwas dabei gedacht haben. Naja. Ansonsten sein MI-System. Hier hat er anscheinend... Aha. Medium Voltage. Medium Voltage? Wo ich noch keinen Hai wollte schaue. Oh, Mensch. Aber es ist doch schon mal ganz nett hier. Low Voltage. Und hier hat er halt einen Maschinenfuhrpark. Ja. Auf jeden Fall ganz nett. Wollten wir euch halt auch nochmal zeigen hier. So. Ganz ausführlich und so. Als letzte Folge. Ja, aber allzu viel mehr gibt es jetzt hier noch nicht zu sehen. Mhm. Ja. Gehen wir mal wieder zurück. Wie kommen wir wieder zurück? Ach. Ja, da bei dem Lektörn. Ja, jetzt ist noch so was anderes. Leandris und Fusal. Ja. Die. Waren mal wieder auf dem Server, haben sich wieder entschieden da was zu machen. Und ja, da müsste ja auch ein Buch liegen, wem wir da hinkommen. Oh, Vater. Jetzt bin ich hier wieder reingegangen. Dabei will ich doch eigentlich nur hier das Ding rausholen und das andere rein tun, damit das nicht auf dem Boden liegt. Wir brauchen natürlich einen freien Inventarplatz. So. Hier rein. Und dann kommen wir auch zum Leandriss. Ja. Ja. Ach du Scheiße. Viele Bäume. Die Welt lädt nicht. Doch, doch. Lädt schon. Halt ein wenig langsamer. Scheint ja ziemlich weit weg zu sein bei plus 3000. Ja. Er hat sich ja auch den besten Chunk ausgesucht mit diesem, ja, bösen Aura Node hier. Wobei, wieso ist da nur R drin, wenn das böse ist? Naja. Dann hier eine riesige, ja, Baumfarm. Kann man sich nicht überschreiten, ob man es so groß braucht. Sogar noch eine zweite. Aber ohne Fertilizer muss man halt mit der Größe machen. Gut, was hat er hier? Ja, Lava. Sogar wieder ein Twilight-Portal. Hier sind, wie heißt die Dinger? Weinwood-Bäume aus dem Twilight-Forest. Aha. Soweit ich weiß, holen die irgendwie Erze ran. Die sehen auch so aus wie Spitzhacken, aber ich sehe jetzt hier gerade keine Erze. Hm. Vermutlich sind nicht so viele in der Nähe. Hier ist auch wieder sowas mit Zäunen am Werk. Aha. Schau dir mal die Blätter. Schau dir mal die Blätter von den Bäumen da an. Ja, die sind so cool animiert. Mhm. Die sind hier drüben, guck mal hier. Ach so. Ein Baum. Ein Baum. Baum. Baumhaus. Baum und... Ja gut, die waren ja zu zweit, brauchen sie halt ein wenig mehr Platz. Oh. Ist halt noch nix drin hier. Ja. Ist ein hohler Baum. Hier oben ist ein Wasser. Ein Twilight-Oak-Baum sogar. Haben sie wohl einen robusten Settling gefunden. Mhm. Ansonsten... Ah, hier drüben noch eine Farm. Mhm. Wasser. Schafe. Mhm. Eine Brücke. Wo ist eine Brücke? Ach da. Ja. Ganz nett, ganz nett. Wollen wir natürlich alles noch zeigen. Oh, was ist denn das da hier? Ganz bunte. Supplings. Lustig, lustig. Hm. Ja, und was gibt's denn hier drüben noch? Also ja, dann ein paar Maschinen. Das da hier. Hier kann man vermutlich schon reingehen. Mhm. Und seinen XP ablassen. Ne, XP einsammeln. Ja. Stimmt. Den ganzen Tag lehren. Ha, hier, Power Armor. Da hab ich jetzt auch noch nicht so viel gemacht, aber naja. Kann man ja nicht alles machen. Ja. Tingers Construct. Induktionsofen. Ja, gut. Hier geht's noch runter. Mhm. Ah, hier wieder ein E-System. Hier geht's noch weiter runter und hier sind dann Industrial Craft Sachen dabei. Ja. Nett gemacht hier. Und jetzt. Hm. Auch hier Abyssal Stone und so. Ja. Aber es ist halt noch nicht so groß. War aber auch noch nicht so viel hier. Und jetzt wird er ja E-Resetted dann. Naja. Ah, jetzt wird er ja E-Resetted oder sowas. Ja, alles egal. Ja. Gibt's sonst noch hier irgendwas? Siehst du noch irgendwo was, was uns zu sehen geben kann da? Ja. Nicht wirklich. Und hier wenn er rumfliegt. Ne, ich seh grad nichts. Schöne Landschaft, aber das war's dann auch. Ja, haufenweise Zäune oder? Ja. Und wo kommen wir dann hier wieder zurück? Ach, da drinnen war ja ein Elektron. Ja, genau. Ticket in Nessa und Ticket auch in den Nessa. Welche nehmen wir jetzt? E-M-S-O-WO-BIN-I-CH? Mhm. Ja. Ach, ich glaub das ist so ein Teil vom, vom, wie heißt der gleich? Ja, vom Ertacus. Ah ja. Der hat glaub ich mal davon geredet. Mhm. Ah, das hier müsste das Portal vom Ertacus sein. Ja, hier beim Ertacus. Kommst du jetzt auch mal zum Ertacus? Ach, zum Ertacus? Ja. Ich bin jetzt voll im Nessa bei dem Zeugs hier wieder. Ja, komm mal zum Ertacus, da gibt's nämlich auch noch was kurz was Neues. Wie kommt man da hin? Ja, einfach zum Ertacus. Ja, du geh mal wieder da hin zurück, wo du, wo das Portal war, wo du, wo wir rausgekommen sind. Ach, da hin. Ja, und dann einfach durch das Portal da. Scheiße, Spinnen greifen mich an. Fuck. Also da, wo wir gespawnen. Ach, da. Oh. Oh. Ah, hier. Ja, also ich bin jetzt da. Okay. Okay, ja, dann komm mal mit hier rüber. Hier wirst du sehen, dass was fehlt. Alter, fuck, legt das. Kann doch gar nicht sein. Na ja, komm mal mit hier hin. Hier wirst du sehen, hier fehlt was. Stimmt, ja. Und diese... Hat er das weggespringen da? Ja. Ja, er hat... Er hat in einem Video gesagt, ich weiß nicht, waren es drei oder vier Nukes. Ja. Ja. Hat er hier halt sich einfach gedacht, da muss was Neues her. Und hat das alte einfach mal so wegrationalisiert. Dass das Ganze hier drüben zwar noch etwas weg... Ja, noch etwas kratermäßig aussieht. Ist halt nur so ein Nebeneffekt. Bestimmt nichts dagegen haben, wenn ich ihn... Ohne, ich spiele, genau. Ja, die sind eh zum großen Teil wieder... Verschwunden. Du läufst wieder zu? Kann ich mir Neue holen? Ja, ich glaub hier unten hat aber auch nichts Neues. Im E-System hat er wen gemacht, aber da könnt ihr auch seine Videos angucken. Mhm. Und ansonsten... Ja, wir hatten hier ja schon eine ziemlich lange Folge gemacht. Hat er hier drüben bei seinem Baumhaus irgendwas Neues gemacht? Oh, der fuck legt das denn. Ich glaub auch nicht. Ja. Hier beim Baumhaus hab ich grad ziemlich wenig FPS. Mhm. Ja, nix neu. Hier ist der Fahrstuhl noch. Ja, nix neu. Da funktioniert noch. Ja, schön, schön. Und was er auch beim Ertag kurz zu finden heißt. Du warst ja nicht außer der Krater. Und ansonsten fällt mir jetzt nichts Neues ein, außer da ist noch etwas anderes. Und zwar komm mal mit hier hin. Ich weiß grad nicht, wie das geht, aber... Oh, da oben fehlt aber was. Eigentlich wollte ich ja euch mal die Mumu Farm zeigen, aber das Ding hier ist nicht vollständig. Eigentlich soll man mit dem Buch dann da reinkommen, aber da fehlt was. Braucht man einen Keystone Receptible? Oh. Vielleicht hat ja jemand anderes eins. Gehen wir mal in den Nether. Wir können ja mal ganz kurz schauen, ansonsten... Ja, kann man ja mal darüber reden. Soll ich hier warten, oder? Wo? Beim Ertag kurz? Na, bei dem fehlt's ja. Wo genau bist du jetzt? Bei der Frapsor könnte er da was haben. Ja, der Frapsor, der hat auch aus Magica gemacht. Was sagt? Ja. Ich frage ich's mal. Oh, ich glaub das hier sah das letzte Mal ein wenig anders aus. Weil ich mir da auch nicht ganz so sicher bin. Da geht's nicht. Und irgendwelches Ass Magica Zeugs? Ich dachte, er hat er da auch so Sachen gemacht. Und jetzt noch wisst er wo. So, hier ist ja so ein Haus. Aber ansonsten, wo hat er denn sein Ass Magica Zeugs? Keine Ahnung. Ja. Ach, Magica. Ja. Schön. Aber... Wir brauchen so'n... Teil. So'n... Kreisdingsteil. Anscheinend... Ist hier keins. Ja. Gibt's da noch? Gehen wir halt mal wieder zurück zu uns. Weil das halt nichts mehr in der Mumu Farm dort war, eh nicht so viel. Und die hat... ... nur hoffenweise... ... Serverleistung gebraucht wegen den ganzen Viechern, die dort gespawnt sind. So aufregend ist die jetzt nicht. Also, wo bist du jetzt genau? Ja, wieder zu uns. Achso. Wo ich mir grad nicht sicher bin, waren wir schon mal im Promised Land? Keine Ahnung. Kann sein. Ja. Ich kann's ja mal ganz kurz zeigen. Auch... ... wenn da nicht sonderlich viel war, die musste öfters mal resettet werden und so. Kommen wir zur alten Position, wo der Frap so früher war. Ja. Na ja, ich muss mir jetzt erstmal Millionen holen. Ja, und außerdem, ja, wir wollen ja mal da reden. Also, wie das Ganze hier weiterlaufen wird, ja, letzte Folge, was wir als nächstes machen, habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt, sind wir noch nicht ganz sicher, zwischen Crackpack und Tick of the B-Team. Ich... ... grad sind wir irgendwie dran zu probieren, ob wir da nicht ein paar Mods irgendwie zusammenfügen können oder so. Also, das eine Modpack nehmen und Mods aus dem anderen Modpack nehmen und irgendwie so kombinieren. Geplant ist ja sowas mit mehreren Teams. Das habe ich dir übrigens noch gar nicht erzählt. Ja, und jetzt musst du hier hochfliegen und da ist doch dieses Portal da. Ja, mit mehreren Teams, die dann gegeneinander machen. Wie genau jetzt irgendwie gegeneinander spielen, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber das wird ja auch nicht immer so einfach, da nicht immer alle online sind. Darum machen wir dann vermutlich sowas wie Events oder... ... weiß nicht, wie man es nennen will, aber das dann halt... ... mal sagen, da kommen alle on und dann machen wir einen mega Kampf oder so oder... ... worum auch immer, ja. Und da bin ich mir halt noch ganz unschlüssig, wie ich denn diese Folgen gestalten soll. Ich meine, ihr habt ja jetzt hier schon ziemlich viel gesehen, was jetzt so... ... das alles angeht und ich mache das ja recht Tutorial-mäßig, ich weiß ja nicht... ... wenn man das dann so als Teams macht, dann mache ich ja auch wieder nicht alles, sondern... ... ich weiß nicht, wie ich das dann gestalten soll. Mhm. Ja. Ja. Ansonsten, ja, hier das Promised Land. Gibt auch verschiedene Biome und so. Aber da drüben ist es halt gut, wir sollen es nicht aus den Augen verlieren. ... sonst kommen wir nicht mehr hier weg. Wo genau bist du jetzt? Was haben wir denn hier? Der Coven Witch? Die macht ja gar nichts. Wo genau bist du? Ich bin hier. Fliegst du lustig in der Luft rum? Ja. Wo bist du? Ich bin bei der Base und warte irgendwie... ... auch bessere Zeit. Bist du nicht hier in Promised Land? Du? Ja. Welche Base? Da wo ein Headboats gekommen ist. Achso, ja, hier. Ach, genau. Promise Land ist halt... ... ja... ... ist halt eine nette Dimension. Weiß nicht, wie es hier an Ärzten so aussieht, aber ansonsten gibt es halt hier dieses Sky Stone und halt dieses besondere... ... hey, und Mobs gibt es auch. Böse Mobs, die mir nicht gefallen. Da gibt es auch irgendwo Wasser, das mal ein- und regeneriert. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Auf jeden Fall gibt es das auch. Hier sind die Filme voll Wasser. Hey. Zwitschern. Ja. Da gibt es hier auch diese Kristalle da. Das ist alles sicher von Biomes Oplenty. Hm. Mhm. Ja. Aber hier hat jetzt niemand was gebaut, weil die Welt öfters mal resetet wurde, weil da Probleme gab und so weiter und so fort. Darum gibt es jetzt hier nicht so viel zu sehen. Ich wollte es halt nur mal zur Vollständigkeit halber mitzeigen und noch ein wenig reden. Ja, wo ging es jetzt nochmal zurück? Ja, ich bin jetzt hier gerade zurückgegangen. Ja. Ja, schön, dass du mir das sagst. Ja, ich... Wie viel ist so ein Blinder in der Gegendung? Komm mal beim Ertakos wieder raus. Ja, das Problem ist, ich finde nicht mal die Base. Also, dann komm mal hier rüber. Minus 20, minus 7, einfach eigentlich gegen 0, 0 und dann müsstest du es da sehen. Ähm, also X, was ist X? Geh einfach gegen 0, 0 und dann müsstest du es da schon sehen. Auf Y oder Höhenlevel 142 ist es. Ich habe jetzt vielleicht kein Minimap, ich versuche es mit F3 jetzt mal. Ja, F3 ist auch ganz gut. Ja, also, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet. Und, was ihr für Vorschläge habt, wie man das Ganze gestalten soll. Weil, wie ich die Folgen da so ungefähr machen soll. Ja, dass ihr es ja auch interessant findet. Mal schauen, irgendwie wird das Ganze dann schon zusammenkommen, aber... Ja, wäre halt ganz schön, wenn ihr auch mal schreiben würdet, was ihr denn jetzt dann genau davon sehen wollt. Irgendwie diese Tutorial-mäßigen Folgen, die passen ja dann nicht so ganz dazu, wenn man da so Team-Sachen macht und so. Ja, werdet ihr da bestimmt auch dann Folgen sehen mit den anderen und so. Ja, nicht nur immer wir zwei oder ich alleine. Ah, ich habe die Base gefunden. Ja, da bist du. Jetzt einfach da rein und dann kommen wir beim Ertakos raus. Und dann können wir einfach mal wieder zu uns fliegen und das Ganze beenden. Ja, mit großem Drachar. Nee, ich glaube, kein Feuerwerk oder so wäre vielleicht angebracht gewesen, aber naja. Wir könnten den Nuke zünden. Nee, nee, wir haben keine. Schade. Und ich habe auch noch kein Backup gemacht in letzter Zeit. Ja, das müssen wir auch holen. Nee. Nee. Keine Nuke. Nee, wenn, dann mache ich erst noch ein Backup und so. TNT. Nee, TNT ist langweilig. Wenn dann, wenn dann dieses andere Zeug. Wie heißt das? Dieses grüne TNT. SDX, SDX ist es ja. SDX, Slimeball und TNT. Das ist lustig. SDX ist richtig cool, aber das lag wie Scheiße. Weil SDX alle Items droppen lässt. Und wenn man das dann noch mit Landminen kombiniert, dann... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. In Landminen, da kannst du sozusagen mehrere Stacks von dem Zeug rein tun. Damit das auch noch gezündet wird, musst du dann noch ein paar Redstone-Blöcke rein tun. Wenn du dann auf die Landminen trittst, dann wird das zufällig in deiner Umgebung ringsrum verteilt. mit etwas Glück spawnen die Restaurantblöcke daneben den TNT-Plöcken oder SDX und dann wird das gezündet dann machst du ein großes Boom und alle explodieren und dann ich würde sagen, TNT-Party beim Ernst-Arkurs nee, nicht jetzt, nicht jetzt schade nee, ich will die Folge erstmal so beenden also, wo bist denn du? Ah, hier moff dich mal normal und dann können wir so eine Art ah, ja End, Dings da, machen ja wo bist denn du? ich bin direkt vor dir du glaubst gar nicht, wie irritierend das ist mit den Sounds hallo, hier ja, ich seh dich ja, du schaust die ganze Zeit in die Luft ja, ich bin ja auch in dem F5-Modus, in dem ich mich von vorne sehe du glaubst gar nicht, wie irritierend das ist, wenn die Sounds von der falschen Richtung kommen Alter, geh mal in der F5 und dann dreh dich mal nach oben das sieht man den Schriftzug sperr aus wie du jetzt verzerrt ich seh bei dir gerade überhaupt keinen Schriftzug auch so, weil ich F1-Modus aus hab ja das wird halt nicht richtig mitgedreht das dreht dann in die falsche Richtung ist doch so ein Bug ja auf jeden Fall bedanken wir uns wie immer fürs Zuschauen und nicht nur für diese Folge sondern für die ganze Session dass ihr so lange durchgehalten habt und ja schauen wir mal was die Zukunft so bereit hält ja was zur Hölle machst denn du da ja zum Schluss nochmal was lustiger ja was hab ich denn hier so ähm was cool ist ja dann muss man auch noch hallo ach so ich hab vergessen den richtigen Knopf zu drücken ja irgendwas lustiges das zeigen wir euch jetzt hier mal man muss dann natürlich auch noch in den richtigen Knopf gehen damit das so richtig wirkt so wie bei mir und dem Creeper Kopf ne ne ich rede jetzt eigentlich eher davon dass man dann in den Slime-Modus geht oder Gast-Modus der geht natürlich auch boah und ja verdammt ich seh gar nichts mehr geh mal durch den Modus damit ich das aus der dritten Person sehen kann so seh ich das gar nicht wie das wirkt ja ja der riesen Lego Kopf der hier fliegt ne mach mal einen besseren mach mal einen anderen Hut scheiße ich kann keinen ab ja hier sieht man es in voller Pracht wenn ich in den Hut gehe was haben wir denn hier noch so oh goddamter Mist ey ich seh gar nichts das heißt nicht ey ich will auf dann hier ey ach der Hut ja das geht nicht ach doch natürlich geht das jetzt hab ich gar keinen Hörner Schatz ich seh gar nichts mehr nein ich kann mich auf dann drücken doch ah hier ich bin jetzt ein riesen Schwein ah das Ding ja das ist natürlich auch cool hast du das Wither Ding mit den drei Wither Dingern das Wither Kopf Teil nein gut dann müssen wir noch ein Feature demonstrieren und zwar das Handeln wenn ich denn den Knopf finde ah da nee das war das falsche wo ist denn jetzt hier das Handel Teil ah irgendwo hier drüben muss es doch sein ah da Trade with Nearby Players XX Tobi so jetzt handeln wie geht denn das jetzt ja du musst da irgendwo links im H Ding suchen und dann links Press up for details accept trade mach okay das bei H ja und dann ja dann links irgendwo musst du halt drüber hovern und dann siehst du da so eine so ein ja links da ist einfach nur so ein fetter Kopf ja da musst du halt mit der Mauswink rumgehen irgendwo steht dann da trade with Nearby Players und accept trade cannot accept trade wieso das das ist no invalid was ist invalid ah jetzt ah jetzt ja hier kann man sammeln jetzt nimm mal den da hier wie nehm ich den denn den Luther Boss Skulls wie nehm ich den ach ja ready to trade make trade so und jetzt wähl den aus und dann kann man die Folge damit auch mal beenden ja das ist nicht so leicht hin zu finden oh nice der ist ziemlich weit zum Schloss ah da ja oh das ist so richtig cool du siehst aus wie ein monströser Wusser und mit so einem Wusser möchte ich es garantiert nichts zu tun haben und du mit einem riesen Schuh rein da ja das ganze kommt auch ziemlich gut zur Geltung wenn man einen Magma Cube oder generell einen Mega Slime benutzt die Dinger sind nämlich auch ziemlich dick und fett das ist ja süß bist du genauso groß wie ich ich finde hast du die maximale Größe ja du siehst irgendwie kleiner aus vielleicht habe ich die maximale Größe glaube ich auch nicht naja auf jeden Fall ich hier Mega und so man kann ja auch fliegen und so ja aber so sieht man dann nicht mal die Tentakel unten man sieht halt nur oben ein wenig grün aber wenn man es nur von unten sieht fliegt man hoch ach du kannst nicht fliegen ja du hast ja nicht so einen schönen Teil wie ich aber aus dieser Position hier ja ich finde das einfach nur lustig ja also kommen wir mal zum Schluss ja ein wenig rumalbern gehört halt auch mit dazu das hat in den letzten Folgen so ein wenig gefehlt aber ich hoffe ihr fandet ey nein 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 deine Zerstörungswut bevor du deine Zerstörungswut auslässt will ich noch ein Backup machen hey ja dann halt nicht ja dann halt nicht so sehe ich das aber auch tut mir leid ja dann von mir aus beende ich halt die Folge und drücke einfach auf Ende und ne wir wollen es doch noch verabschieden also echt ja also verabschieden ich habe ja vorhin schon mal gesagt wir bedanken uns natürlich fürs zuschauen von all diesen Folgen hier ja wenn ihr treu dabei wart kann ja einen Kommentar da lassen wie ihr es dann so fandet so insgesamt komplett und alles ja ich finde es wirklich toll Verbesserungsvorschläge sind natürlich immer willkommen ich möchte natürlich dass die Folgen so ähm wie nennt man das auf Deutsch halt so ja dass es halt euch so gut wie möglich gefällt und es so nett wie möglich ist die anzuschauen ja gut ansonsten war es das für diese Folge und für diese Session und ja wir sehen uns dann in der nächsten Session wieder ja ich kann euch auch nicht versprechen dass es direkt nächste Woche sein wird ich weiß nicht wie lang sich das noch mit den Diskussionen hinziehen wird und dann werde ich auch noch eine Folge raushauen mit Servervorstellungen und so dass hier auch noch neue Leute dazukommen denn mit Teams und so da möchten wir natürlich das so viel wie möglich denn nur zwei Teams ist vielleicht nicht so spannend wenn da noch ein drittes Team mit reinkommt aber da brauchen wir noch mehr Leute ja denken wir an demnächst starten wir dann in die nächste Session und ja hoffen dass es euch dann auch genau so viel Spaß machen wird wie jetzt hier also ja dann verabschieden wir uns ja gar für das Ganze hier und ja ich schau dir das Ganze noch hier für das letzte Mal an war ja ganz nett die Idee mit den Häusern ja zum Schluss sind wir dann nicht dazu gekommen noch überall noch Häuser drüber zu setzen nicht so ganz vollendet hier alles aber naja egal wird schon irgendwie passen und ja dann war es das hier mal wir verabschieden uns wie immer für diese Session für immer und wir sehen uns dann wieder und ja genau solche Versprecher sind natürlich immer wieder lustig aber na ja aber jetzt hier endgültig endgültig ja endgültig tut uns leid ja bis zum nächsten Mal dann wir verabschieden uns ich sag wie immer tschüss 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 tschüss